Feriat Mundus und herzlich Willkommen zu einem kleinen, relativ unspektakulären Rundchen. Herr Okami und ich haben uns entschieden, bzw. ich habe den guten Herrn Okami überredet, mal eine kleine Runde Extinction Road zu spielen, der ja mit Call of Duty Ghosts daherkommt. Und das wird jetzt keine großartige Series werden oder irgendwas, das wird jetzt mehr oder weniger so neulich bei. Dementsprechend, da wir nicht wissen, was auf uns zukommt, starten wir das Ganze schon mal. Ich hoffe, das läuft jetzt auch alles so, wie ich mir das denke. Ich möchte es hoffen und naja, ich bin halt als Noob dabei und schaue mal, was ich machen kann. Wie satt, die Bilder jetzt, die erinnern mich irgendwie an Crysis 3. Ja, so ein bisschen, ne? Wenn ich jetzt nicht so wehe, ich habe jetzt nicht meine Nano-Suite, den hast du mir versprochen. Äh, Moment mal, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich habe dir mal irgendwann gesagt, dass ich dir eventuell einen Nano-Suite für, äh, oh. Die Aufklärung meldet, dass der letzte Extinktionsdruck in dieser Stadt verschwunden ist. Partner von den Spieler, vor allem weiß ich nicht, spielen wir zu dem Sammelspielbetrieb. Na, na, kann ich dich jetzt sofort abschießen? Ah. Alles klar, äh, Bohrer hier platzieren, alles klar. Ich nehme mir mal den Bohrer mit. Und, äh, ich glaube du... Ich weiß gar nicht, ob Friendly Fire an ist. Ich hoffe mal, ne, obwohl es zu gut passen würde. Die Fettelbohrer, die Fettelbohrer. Puh. Wer du können, Leine ist, uah, hier Messer. Komm der Nächste. Puh. Äh, du hast gerade echt Freude, oder? Puh. Puh. Puh, nachladen. Teamwork, 177, Bohrer-Schutz. Ähm, du, ich glaube wir haben da oben Besuch. Auf dem Dach. Wird grad weggekrabbelt. Ja, wo ist mein Schlafstützengewehr, hol ich's runter. Okay, so, ich hab den Bohrer wieder eingesammelt. Ja, du hast den Bohrer, gut, gut. Dann gucken wir mal, hier wäre der nächste. Oh, hier ist ne Gasbuddel. Kannst du damit was anfangen, außer die zu zerschießen? Okay, das war's. Weiter zum nächsten Bereich. Hm. Ich kann die mitnehmen und wahrscheinlich, äh, günstig positionieren. Gut, dann positionieren die da schon mal so, ah, da Richtung. Ich weiß nicht, wie viel Licht davon noch überleben kann. Äh, das andere. Äh, keine Ahnung, wie ich das Ding positioniere. Äh, äh, linke Maustaste? Ja. Ich hab jetzt gedacht, man positioniert es damit wohl, wenn man's hochnimmt. Wäre für mich ja nicht gewesen. Der Bohrer ist gesetzt. Okay, ich zieh doch schon mal auf die Gasbuddel, falls da was größeres lang gewetzt kommt oder viel. Huh. Verdammt, die kommt von einer anderen Ecke. Ah, ich hab jetzt geil drauf gehabt, ob man hier wenigstens unendlich Munition hat. Nee. Aber du kannst Munition kaufen. Äh, ist nur noch die Frage wie, ne? Äh, guck mal rechts in deinen HUD. Ja, ja, da seh ich was. Aber ich weiß nicht, wie solltet ihr da was? Wow. So, okay, jetzt kommen sie oben über das Dach. Alle die Nasen. Jetzt macht das Fass auf. Oh, ja, und jetzt hab ich keine Munition mehr. Ich auch nicht. Äh, Moment, warte. Wie geht das wohl, wie geht das wohl, wie geht das wohl? Äh. Keine Ahnung, was das ist. Ah, DMS-Gesetz, sehr gut. Das ist die Bodenverteidigung. Ja, das, ähm, muss ich halt mit dem Messer hier rumkämpfen. Eddo! Wie hast du das gekauft? Äh, mit, ich hab also mal auf 4 gedrückt, so in der Hoffnung, dass ich damit was kaufe. Das war aber anscheinend das Verkehrte. Das hab ich dir jetzt gekauft. Also ein Spich-Munitionspack. Ah, Munitionspack, Munitionspack. Oh Gott, da brauchst du auch noch Zeit für, um das zu... Ah! Wuhu! Alter! Jetzt wecken wir dir, du elendes... Die Beschreibung hat nicht zu viel... Will man alles gut haben? Die Beschreibung hat... Die Beschreibung hat... Die Beschreibung hat... Die Beschreibung hat nicht zu viel versprochen, kämpfen sie gegen Horten von Gegnern. Nehmen wir mal ein, wir sind hier erst stark am Anfang. Ja... Ja, super, jetzt explodiert wird kaum einer in der Nähe jetzt. Die ganze Zeit schieß ich da drauf und nichts passiert. Verdammt, ich kann... Verdammt, ich kann kein zweites Munitionspaket kaufen, wie viel Kohle hast du? Ich glaube ich habe gerade... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht gerade gekocht, aber das könnte was... Ja, 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 was machst du mit so einem Paket... Wo? Was seid denn jetzt hier? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich bin auf jeden Fall tot. Wo? Ja, ich bin nur... Beleb' dich mal wieder... Du glaub' ich glaube du hast gerade irgendwelche Raketen... Ja! Oh mein Gott... Alles klar, äh... Ich äh... Munition, Munition, nix Munition... Munitionskisten sind für uns leer, wir müssen auf jeden Fall bevor wir das Ding... Wiedersetzen glaub' ich... Oh, 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 hier, 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 hier... Gewehr, nimm's mit... Er kommt... Äh... Ja... Nein! Halten Sie F, um das AK-12 zu kaufen, für 1500... Da fehlen mir so knappe 1000... Okay, warte, ich schmeiß mal den Bohrer ab... 580... Ich schmeiß mal den Bohrer ab, ich kann mir das AK-12 nämlich gerade noch leisten... Ja, das hab' ich glaube ich für diesen Luftschlag rausgeworfen... Alles klar, und jetzt, äh... Auf zum nächsten markierten Nest... Ich gucke mal, ob ich eventuell eine erhöhte Position finde, von der ich gut arbeiten kann... Jetzt mit dem Sturmgewehr... Oh, 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 oh... Hier oben, du gehst hier oben hin... Hm... 750, hast du die noch? Ich brauche Rückendeckung! Die, ne, leider nicht... Oh, den... Fuck, hier oben ist nämlich, hier oben ist nämlich, äh, ne Gatling Gun... Na, hier oben... Was haben wir denn hier? V... 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 S... Also, ich werde mich wahrscheinlich hier unten rumschlagen und hoffen, dass ich genug töte, um damit, äh, Geld zu... ähm... Hallo, klein... Hallo, ihr Kleinen! Wow! Ich bin hier oben auch schon besucht... Ah, mein... Ach, mein... Ach, mein... Ach, du! Ach, mein... Jo! Lässt du das wohl? Aus... Fui! Ja, warte immer noch! Hau ab, du! Wow! Alter! Wie fühle ich in der Zombie-Apokalyzen-Mohler! Wie war das, lieber Zombies als Aliens, ne? Naja, Crisis ist ja in Ordnung, aber wie sagt er? Super, keine Witzung mehr, yeah! Ja, yeah! Der Bohrer wird angegriffen! Komm her, du! Woll da runter, du! Äh, äh, der will doch verarschen! Hey, ich... Miss er dich zu Tode! Es bringt wenigstens Kohle! Oh... Wow! Ich hab so oben viel Spaß! Ja! Hier unten... Leider wird es auch! Wow! Oh, Notstrom, Aggie! Elektro-Zone, du hast grad einen Elektro-Zone aktiviert! Ja, das hätt' man gleich früher wissen müssen! Ja, lass' den... Äh, der... Der... Wien drück' ich's jetzt, äh, äh, möglichst... sauber aus, äh, kann ich nicht... Der hat grad den Bohrer gepimpt! Ja, aber der... Wow! Der ist gut! Und... Wie viel hat der gekostet? Der hat gar nicht gekostet! Na, ich hab' nur aktiviert mal da, dass Habi ist! Ich hab's eigentlich gesehen, dass er sowas kostet! Uh! Oh, oh! Nein! Nein! Verdammt! Ah! Ich werd' auch gleich umfallen! Ich werd' hier gleich umfallen, würd' ich behaupten! So, jetzt such' ich jetzt erstmal hier nach irgendwas, äh... Bummigen! Okay! Im Zweifelsfall die AK-12 ist da hinten... Ah, ich seh' was! Ich seh' was! Links an den Kisten! Komm' mal zurück! Äh, okay, jetzt muss' ich mal versuchen, da rüber zu... Springen! Weil man hier auf... Leider selbst einen Stromschlag kriegt auf'n Fußboden! Alles klar! Was haben wir denn da hinten? Was ist das denn hier? Äh... FP6, FP6... Ne, das... Keine Ahnung, was das ist! Ich kenn' mich mit den Waffen hier überhaupt nicht aus! Was haben wir hier? Uuuuh! Muss' mal gucken, hier liegen auch überall Müllhaufen rum! Ich hab' grad'n Leucht-Signal eingesammelt! Ja, okay, das Geschütz hier oben hätte man natürlich schön nutzen können! Ja, aber wie gesagt, ich hab' die... Ich hab' die Kohle lieber gespart, weil ich kann jetzt nämlich zumindest schon mal wieder ein, äh... Ein, fast zwei Munitions-Packs kaufen! Ja, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ne Vector CRB! Okay, das klingt doch schon mal interessanter! Das Problem ist, ich weiß genau, wenn ich jetzt weiterlaufe, irgendwo anders, werde ich genau das finden, was ich haben will! Und dann hab' ich was anderes gekauft! Egal, ich nehm' sie jetzt! Weil das sieht zumindest schon mal brauchbar aus, ja? Da oben ist... Was haben wir denn hier oben? Launch oder... Oh! Hallo Kleines! VKS! Liegt hier! Ah, hier ist was zum Suchen! Komm mal her! Hier ist die Kiste, such da mal! Schau mal denn hier schönes... SC 2010! Was ist das denn? So flammt? Was ist denn hier so flammt? Au! Ähm, 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 ähm... Alter! Du weißt mal nicht, wo ich drauf geschossen hab, aber es hat gut gerumst! Äh, ne, das war ich! Ach, lustig! Ich hab' hier so'n... Ich hab' hier so'n... Ich hab' hier so'n... So'n Airstrike-Teil! Äh... Alles klar! Na, darf ich jetzt mal bitte in Ruhe mal... So! Yeah! Einen Schuss hab' ich noch für das Ding! Ah, wo bist du denn? Ah, bist du, du Geist! Ah, super! Keine Munition mehr! Yeah! Munitionspack geworfen! Oh! Munitionspack... Ich seh' das nicht... Verdammt, der hat mich umgerissen, bevor ich's werfen konnte! Jupp! Ah, verdammt! Gesamtpunktezahl 11.713... Was haben wir denn? 55 Abschlüsse, 14 Assists... Keine Wiederbelebung, dass du eine... Bohrer... Ja, wenn du mal guckst... 100 Kreaturen mit 711 Kugeln getötet! Mal einen Schluck trink dazu... Oh! Oh, Mann! Munitions-Typ! Betäubungs... Was will ich mit Betäubungs-Munition? Naja, die Biester verlangsamen... Naja... Hätte ich lieber Munition mit mehr Durchschlag! So, warte mal... Da guck ich doch direkt mal Ausrüstung... Was kann ich denn da machen? Gucken wir auch mal... Pistolentyp... Ich hab zu wenig, sonst würde ich mir erst mal ein anderes Pistölchen gönnen... Ich seh' da etwas, was mir gefällt... Was denn? Die M9A1... War mir klar! Ja, 44er Magnum ist zwar schön, aber M9A1 mit 3... ähm... Dreier-Salbe... Was passiert? Es gibt 30% maximalen Vorrat... Betäubungs-Munition für alle Waffen... Jetzt die Frage, was ist besser? Google-basierte Waffen mit 40% Maximal-Munition auffüllen... Oder 30% Betäubungs-Munition... Mh... 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 Ich probier mal die Betäubungs-Munition aus... Mh... Mh... Ansonsten haben wir ja leider noch nichts... Mh... 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 Wie das denn? Ich hab keinen... Wir würden keine Punkte angezeigt... Mh... Also ich... Oder? Mh... Da steht zwar immer was bei, aber da steht nichts bei, dass da irgendwie... äh... Also Panzer könnte ich jetzt mit 3 und... Ich... Keine Ahnung... Ich bin Level 2 und... Nächster... Mh... 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 Es kann natürlich sein, dass das freigeschaltet wird, wenn wir Rang 3 haben... Mh... Richtig, probier was doch einfach nochmal ne Runde... Mh... 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 Empfohlen ist Spieler-Limit 4, na... Das ist gut... Ja gut, bei den Horden, die hier angerannt sind... Ja... Ist das Loyokei ein großes Wunder... Im Übrigen, die Adventure-Map ist fertig... Oh... Die Super kommen immer in Meteoriten ein... Aha... Die Adventure-Map ist fertig... Oha... Mh... Ich rieche da so einen Beta-Test... Mh... Ja... Den brauche ich ja auch... Da ich jetzt ja auch von Zuki erfahren habe... Das Lück, weil derzeit ich Minecraft auch auf eurem Server rumspielt... Ah... Dann sollte das ja auch kein Problem für ihn sein... Und ja... Da wärt ihr drei so meine primären Beta-Tester für den Entfang... Bohrer und zerstören sie alle Nester... Alles klar... Ich muss mal eins sagen... Schön wär's, wenn mal da jetzt rechts nicht... Äh... Links, rechts, oben, unten... Sondern ne Zahl beistehen würde... Damit man mal wüsste, wo man draufdrücken muss... Ja... So, Achtung, ich platziere den Bohrer... Ja... Ja... Ich... Ziel schon mal... Oha ist platziert... Was? Was ist du denn der? Ah! Was geht denn? Mann! Wer du? Wirst du gehen hier? Lauze... Ah! Komm her hier! Ich versuche jetzt einfach mal etwas ruhiger zu schießen... So nach dem Motto... Und lieber ein bisschen Munition schraben. Ja... Aber trotz allem braucht man so ein paar Schuss für die kleinen Biester. Oh ja. So, ich bin Pupa wieder eingesammelt. 1470, das heißt, ich könnte mir bald Munition leisten, aber das will ich gar nicht. Das ist nur eine Munition, kostet zum Beispiel viel Mühe. Hier, AK-12. AK-12, okay, AK. Kann ich mir noch nicht leisten, aber im Gefecht müsste das klappen. Alles klar. Wie viele von den Dingern gibt es denn noch?